Das waren Antonia und Annalena mit ihrer Premiere als Redner. Und nachdem es etwas zum Zuhören gab, folgt nun etwas zum Zuschauen. Denn auch unser Jugend-Tanz-Gor hat sich gedacht, Jekg erst recht. Wir ziehen unsere Uniform an und präsentieren unseren neuen Tanz einfach online. Und nach unserem Jugend-Tanz-Gor erfreut uns unser Worringer Frechstags Carina mit Gags und Malörchen aus ihrem Leben. Und auch Agnes, Thomas und Regina erleben unser Motto Jekg erst recht und singen uns anschließend das Lied Bei uns ist alles Jod von den Höhnern. Wir sagen Bühne frei für Tanz, Rede und Gesang. Dreimal Worringe. Abla.